Genau, eine ganz schöne Seite haben auch Chen und Dean, das sind die, die bei uns heute zu Gast im Studio sind. Und auf deren Seite kann man sich zum Beispiel ganz viele Fotos runterladen. Wenn man auf Pictures geht, sieht man hier ganz viel. Und ihr wisst ja, Stefanie ist heute leider nicht da, aber dafür Antje und die restlichen der Band. Und die könnt ihr euch hier nochmal angucken, natürlich auch hier bei uns live, aber nochmal auf der Seite, wenn sie dann wieder weg sind. Es gibt aber noch andere schöne Sachen, wie zum Beispiel die Lyrics, die hier draufstehen, die kann man sich dann alle nicht anhören, sondern durchlesen. Für alle, die Texte mitsingen wollen. Und um mitzusingen, muss man auch natürlich einen Song kennen und deswegen spielen wir euch jetzt einfach mal ein bisschen was vor. Das ist Mirror von Shandine. So, ich denke mal, ihr werdet gleich noch mehr von Ihnen hören und deswegen könnt ihr euch das auch nochmal auf der Seite angucken und anhören. Und die restlichen Sachen, wie Guestbook und Interviews, alles mögliche da drauf, andere Links auf Lieblingsbands von Shandine. Und die könnt ihr euch nochmal angucken, aber nun kommen wir zu was anderem ganz Tollem. Wenn ihr euch diesen klasse Sound nach Hause holen wollt, dann müsst ihr nichts weiter tun, als eine E-Mail schicken an win-at-giga.de, wie immer, mit dem Stichwort Shandine heute. Und vielleicht gehört schon entweder das Album oder die Single bald euch. Das könnt ihr nämlich hier gewinnen bei uns heute. Und ich meine, wir wissen dann selber, ihr könnt ja entscheiden, ob ihr dann das Album gewinnen wollt oder nicht. Ihr könnt das dazuschreiben. Ich denke mal, das Album ist immer ein bisschen schöner, aber Skywalking, das werdet ihr ja gleich nochmal sehen und hören, ist auch sehr, sehr schön. Und wir werden sie auch gleich natürlich die ganzen CDs handsignieren lassen für euch natürlich zu Hause. Chatten könnt ihr auch mit Shandine. Sie sitzen auch schon da und haben sich da eingeloggt und haben natürlich Lust, mit euch zu chatten und viele, viele Fragen zu beantworten. Alles zu ihrer Musik und vielleicht auch zu ihrer Website, wo sie sich wirklich viel, viel Mühe gegeben haben. Es ist wirklich eine schöne Website. Oder alles, was ihr wollt. Ich will euch das natürlich nicht vorschreiben. Kommt in den Chatroom unter www.giga.de oder schreibt uns E-Mails. An emily.giga.de Oder an kerstin.giga.de. Nur mal nebenbei bemerkt, ich bin Emily und das ist Kerstin. Möblich. Möblich. Bis zum nächsten Mal.